Wir machen weiter mit diesen TV-Melodien mit einem weiteren lustigen Herrn mit Kreissäger aus dem Kopf. Das war was ganz Neues, 1975 in allen Fernsehshows, Schmidchen Schleicher. Das war was ganz Neues. Dieser Scharzenrhythmus, den kann man nur einmal pro Jahrzehnt in so einen Hit packen. Dann hat man sich das wieder tot gehört, ne? Dann muss man wieder reinschlafen. In den 80ern hatten wir keine Scharzenrücken, oder? Nein, aber in den 50ern haben wir die Marsch-Polker gehabt. Echt? Ja, und ein Lied, was so ähnlich ist wie Schmidchen Schleicher, war 1951 mit Cori Forrest, packt die Badehose ein. Und im gleichen Jahr war Fred Rausch und Alfons Bauer mit der Polka, Herzschmerzpolka, erfolgreich. 1971 nochmal mit Karel Gott, daran erinnern uns alle noch, aber 1950 gab es sie auch schon. Also packt die Badehose ein. fitness adopte die Badehose ein. Musik 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 So Das war der Schmerz bei dem Herz. Ja, da fehlte noch. Ja, da fehlte Schmerz. Oh, Ohrenschmerz. Nein, wogegen Sie bei mir hast du das schon, dass man das jetzt dann die Quote erfüllt. Wir gehen zurück in die 70er Jahre, da gab es schon gesellschaftskritische Themen, richtig gesellschaftskritisch, Junggesellenabschied. Das war der Herr Roman König, besser bekannt als Roland Kaiser. Besser Roman König. Das war der aus dem Zartenort, ja? Das war der Herr Roman König. Nach dem Junggesellenabschied kommt jetzt das Bahnhofs-Klo. Ich warte irgendwo auf einem Bahnhofs-Klo. Das war der Herr Roman König. 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 Siebenfester Wein, Anita und Tanza Sammermen. Alles Knaller der 70er Jahre. Und jetzt ist der Herr Roman Willebrand? Ja, wenn es schon Junggesellenabschiede gegeben hätte, in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, ja, dann hätte man von Paris geträumt. So wie hier, Katerina Valente 1951 und Fried Wettelmann 1952, ganz Paris träumt von der Liebe. Für die Kinder an der Zahl. Ja, da sind die fünf Jahre, ja, dann wäre aber mit Bonn Lust geborgert. Aber das ist so warm. Ja, da sind alle jetzt die Fische, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. Ja, 1950, 1952, ganz Paris, auf besonderen Wunsch von Janice, das hat sie sich nämlich von mir gewünscht. Du kennst Janice nicht, aber die freut sich ja zu stehen. Ja, gerne, Janice. Ich zeige dir das Video, ich schicke den Link und dann endlich ganz Paris, träume von der Liebe. So, willkommen von Paris. Ich habe hier diese Notkleben total zusammen. Das sind diese cool getränkten Originalnoten, die er in den 70ern so hatte. Es gab eine Menge Leute, die von Paris geträumt haben und es gab auch einige Leute, die mit Lastwagen unterwegs waren in Norddeutschland und fanden das nicht so richtig klasse, die Tanzmusik im Radio. Die wollten gerne Dave Dudley hören und haben deswegen in den 70er Jahren eine Countryband gegründet, Truckstop. J nadie zur M space 넷 gut ist. Ich habe hier diese Weile konzern, weil es ihnen proposiert will, was ich sauber nicht gestalten. Meine Kirchen esse slower, aber dieprobaben, wenn wir übrigens wieder Mal sehen sind. Ich habe hier diese 550-Md- apartment gemacht. Sie haben alle, dierom cans und far bonen Re rubbish tätä, haben wirklich hinés. Musik Ja, diese Countrymusik, die twenkt nicht so richtig mit dem Akkordeon, es fehlt noch so ein bisschen die Seiden. Ja, man merkt, dass mit der Zeit das Akkordeon für die Schlagermusik nicht mehr so geeignet war, wie zu einer früheren Zeit, 1956 zum Beispiel, da machte sich die Holländer bei uns breit mit Mieke Tillkamp und Toppen aus Amsterdam. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.